hei um akm brauche ich dem er brauche ich nicht um endlich antibiotika und die hat die entwicklung der munition hey cool groß ist und das ich gucke genau auf der zelte was ich gucke auf die zelte du hast mir gerade lang gelaufen da rinnt ein zombie da rinnt du ja ak-magazin habe ich nur ins gerade nee du musst vorne in die zelte reingucken da lag in dem inzelt auf der auf der seite wo du jetzt läuft auf der rechten seite so wie du gerade gelaufen bist lag auf der rechten seite genau beim ersten mit auf in dem zweiten in den zweiten genau da genau da gucke vorne in den eingangsbereich schießen dosen dann gucke okay da musste die zelte vorne du musst die eingangs bereiche richtig abklappern ja aber da sieht dann wie gesagt das siehst du nicht du musst drauf gehen und dann siehst du bist ein grünes zeichen und dann musst du gucken okay das ist das problem mit dem ich weiß nicht nur wurde schon wieder von zwei zum ist gesehen wenn ich ein magazin ist ja auch erstmal okse hier schwere scheiß akm aua die andere waffe hast du ja im rucksack ne ja dann geht's nicht nachladen das ist ein ganz falscher moment du schießt aber nicht hier irgendwie meine richtung oder nein ich schieße auf was ich versuche auf dem zombie zu schießen hier ist gerade irgendwas neben mir eingeschlagen alter echt so klack 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 so ein blödes feuerzweckchen das geht wie es lustig ist jetzt geht's ich bin rüber zu den scheuen ja ja schön super naja gucke du da ich will da eh nichts so kann aber kurz ich in das backsteingebäude da rein ja du gehst sowieso einen ort weiter immer immer ein stückchen weiter rein dann stehst du in dem schlamassel drinnen rückzucker keiner kann dir helfen klamotten war aber was hier welche kamo das sind die die ich habe scheiße na gut dann können wir hier theoretisch abhauen die kirche hinten kann man da rein ich denk das ding hat noch einen supermarkt ja hat es ja auch komm erst mal hier hoch gerannt wo bist du da den berg hoch einfach ja den berg hoch ich sag dir wie du laufen musst bisschen mehr links halten ja genau so ein bisschen weiter rechts wieder genau so alter ja kommt kümel kümel er kann jetzt sowieso durch zum supermarkt wir sind zum hinkarten ach da bist du gut die mut und zwar so ein russer hier runter doch supermarkt wir wollen immer relativ wenig zombies wenn man durch rennt gut kommen die den eingangsbereich sehen ist da noch ein backsteingebäude uuuh uuuh jetzt hab ich auch einen roten ping ah zombie du und deine backsteingebäude immer ja hallo wog dich da mal hinten haben die dir schon mal irgendwie weiter geholfen essen und trinken da ist noch ein backsteingebäude ey wir gehen in den supermarkt backsteingebäude ich hab ne pistol aber ich brauch keine pistol mehr jetzt jetzt hab ich ja so ne andere waffe uuuh jetzt brauch es nicht mehr jetzt fühlt er sich gut genug mhm das ist ja auch essen ich hab so einen schlechten ping dass ich das essen nicht anvisieren kann doch jetzt mhm bist du schon im supermarkt ne ich bin auch im backsteingebäude na schön du bist da am shooten ne ja alter die scheiße so ein bisschen aber auch alles grad ja ja das ist ja das äh was mich hier grad so ein bisschen nervt nicht zu essen rum so wirklich bist du schon drinnen ja hier im supermarkt ist nichts wirklich brauchbares drinnen ok ah zombie nein nicht angreifen du bist ein lieber zombie oh du bist da vom supermarkt ne du kannst dich zerschrocken noch ne pistol brauchst du nicht sagste mhm hinter dir ist ein zombie zombie bus verschwindibus ich könnte ja auch mal meine andere waffe testen welche andere hier na die hier warte ach die uzi geh weg die die ist geil die ist echt geil ja so weiter halber halber den flughafen jetzt oder was ja komm ab zum airport ja dann attacke ab zum international airport oder liegt da essen rum naja egal komm komm so nein komm so nein airport hinter mir ja alter du bist übert schnell grad da sieht man nur noch staub hinter deinen füßen brrrrr spiele gonzalez ja der riech oder und oder müsste einer hatten denn deine beine die sind viel schneller im rhythmus die machen immer klack 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 ist doch nicht so klack 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 unfair so wir sind jetzt am airfield angekommen ich hab was wollte ich jetzt sagen warte mal Mist so wir sind am airfield jetzt angekommen und wir sind genau in derselben Ecke wieder hinein spaziert sozusagen wie das letzte mal mit dennis also huch hier sind hier hoppelt ein zombie rum guck mal ein osterhase oh der hoppelt hier oh hast du eier gib mir mal eier ja wer hat lecker eier auf jeden fall der geht gar nicht der fühlt sich gemobbt ich hab keine eier ich hab keine eier der hat das nicht gecheckt man du bist um den rumgelaufen ja ich weiß auch nicht äh ja genau wir kommen an derselben Stelle wieder rein und ich hab ja meine scope im rucksack was bedeutet dass ich wohl gegenüber von den hangars mich erstmal in den wald setzen werde und da mal ein bisschen die gegend abscanne bzw habe ich ein bisschen schiss dass auf der anderen seite wo wir jetzt gleich sind ebenfalls scharfschützen rumsitzen deswegen ja mal gucken willst du echt da lang ja dann rennst du sozusagen genau auf die Landebahn ja dann bist du doof hier an der Zaunseite hier so lang laufen hä Landebahn komm du läufst neben der Mauer da ich lauf neben der Mauer hier gut ok so ich bin letztens auch direkt die Landebahn entlang gelaufen echt und kein interessiert so ja ach grad kein interessiert ich bin dann schön in die hangars rein und dann irgendwann als ich auf dem ja sag schon ja oben auf den Tower war da hat es dann mal jemanden interessiert und der hat dann mal auf mich geschossen ich bin eigentlich auch clever warum lobe ich ihn auf der Seite ja das hier hatten wir grad also ich bin ja ein bisschen was wollte ich jetzt sagen ne genau und so wie in einer Würstchen schmecken ein bisschen lecker übrigens aber das weiß nicht das was ich sagen wollte pfff was wollte ich jetzt sagen keine Ahnung man warte mal ich will hier mal kurz rein scopen dann muss ich bloß noch meine AK droppen kannst du mal deinen komischen fetten Körper da wegnehmen hä so du bist bei mir weiter gelaufen echt so so ist überchillig wo ich nicht rein scopen kann ich über die Mauer rüber gucken in der dritten Personansicht ich will ja ein bisschen reingucken ach du siehst doch eh nisch das war ein Tisch das macht wie ich jetzt die ganze Leute hier äh ich sehe nichts das ist was neu ist ist ja echt nisch das ist mir viel zu ruhig siehst du siehst du nie fast das der Erbi huch jetzt verschlucke ich mich auch noch hat meine eigenen Sabber hurts vergessen zu schlucken oh ich nehme die Leck mich. Ne, hier ist echt nichts. So, dann kann die... Hallo, die Scope da rein. Rucksack auf, Scope da rein, AK genommen und weiter geht's. Warum ich jetzt auch immer zur AK wechsle, das ist eigentlich Blödsinn, weil ich nehme ja die Scope gleich wieder raus. Na egal. So. Ich habe ja auch ein Fernglas. Also ich kann mit einem Fernglas auch rumgucken, ich muss die Scope nicht mehr haben. Ja, echt. Ich habe auch ein Fernglas. Du machst das nicht mehr. Hallo, ich glaube gerade übelst offen. Hallo. Mann, Alter, wo bin ich denn hier? So geil. Ich versuche hier übelst, Ninjamäßig irgendwo durchzulunchen und der sprintet auf einmal raus. Das war geil. Jetzt werde ich auch offen rum. Ja, du bist die ganze Zeit neben mir gelaufen, gerade. Okay. Eigentlich. Wie gesagt, ich habe am meisten nicht mal Schiss wegen den Hunkers und sowas, sondern eher habe ich Schiss jetzt auf der Seite, wo wir laufen. Dass hier irgendwo einer rumliegt und rumsteht und so. Ja. Und schon geht mein Ping wieder einen Bach runter. Beziehungsweise den Bach hoch. Das ist der Hammer. Wenn man ein Bach runter ginge, wäre es ja gut. Wenn ein Ping wieder runter geht. Ja, dann wischst du schon, wie es meine ist. Hm. Ich schirme mich mal hier vorne so ein bisschen hin und gucke mir mal die Gegend an. Ja. Alter, das sah gerade aus, als wenn hier einer lag die ganze Zeit. Bis ich da mal so im letzten Moment gesessen habe. Da liegt keiner. Okay. Wo bist du? Wie soll ich denn das jetzt erklären? Na, ich habe mich nicht weit weggeblieben. Mauer weitergelaufen oder was? Nö. Ich bin auch hier vorne bei den Wäldern. Du bist immer noch mit dem... Okay. Na, ich bin ziemlich weit unten am... Am Weges... Ach, wie auch immer. Ah, in dieser kleinen Gammelstraße oder was? Ja, ja. Ich gucke rüber zu den Handels mit dem Fernglas. Aber ich versuche es zumindest... Oh, du rennst da auf der Straße. Kann das sein? Auf diesem Weg hier, ja. Auf diesem kleinen. Ja. Ich habe die gerade ganz kurz gesehen. Da läufst du ja. Ich sehe dich. Irgendwie ist mir das ein bisschen zu ruhig. Irgendwie sehe ich gerade nichts aus der Bäume. Ah, doch, da hinten. Also, ich sehe ja gar keine Gegner, bloß das... Das heißt ja nichts. Wir machen was. Wir gehen bitte zu den Hangars, denke ich, ne? Ja. Wir sterben so oder so. Was mache ich denn mit der Scope? Ich würde sie ja theoretisch jetzt gerne nutzen und du müsstest allein zu den Hangars, aber... Ja. Wenn nicht, wenn wir zusammen gehen, dann brauche ich meine Scope nicht. Dann kann ich sie hier liegen lassen. Weißt du? Lass doch. Ach, da steht er. Eigentlich hier wird es offen. Sieht aus wie ein Pferglas in der Hand, wie er da rumläuft. Links, rechts, links, rechts. Drückst du die ganze Zeit hin? Was ist mir in Ruhe? Ja, rüber zu lehnen? Ja, wie das aussieht. Mitten auf dem Platz, aber hauptsache lehnend. Ja, na, weil eins stand ich mal hier an dem Baum, der hier steht, aber der ist irgendwie ziemlich weit weg. Ja. So. Wie wollen wir rüber gehen? Quer über die Landebahn oder wollen wir hier ein bisschen einen Bogen laufen? Ich droppe jetzt mal meine Scope, glaube ich. Würde sagen, hintenrum so einen Bogen laufen, oder? Mhm. Lege ich mir mal meine Scope hier ab. Echt, du würdest mit einem... Wie viel Munition hattest du mit der Scope? Fünf Schuss? Los. Deswegen würde ich... Echt? Fünf. Ach, naja, dann kannst du auch deine Arkanen... Äh, ja, Arkanen nehmen. Das glaube ich... Aha. Besser. So. Dann nehmen wir die hier rein. Wir wählen die... Achso, wir wählen die natürlich aus. Gucken nochmal kurz lang, wie ich es in der Hand habe. Wie das Ding einfach mal viel mehr reinzoomt wie so ein scheiß Fernglas. Ich sehe hier nichts. So, komm, die legen wir irgendwo, dass sie nicht gleich der nächste kriegt. Mitten auf dem Weg. Ja. Wieder eine Scope, die ich hier droppe. Das habe ich das letzte Mal auch schon gehabt mit Dennis. Da habe ich die Scope gedroppt, ja. Aber da war es eine Jute. Da war die... Das war die Jute aus dem Westen drüben. Das Jute-Zeug. Das habe ich hier gedroppt. Die Jute. Die Jute. So, wo bist du jetzt? Ich bin ein Stückchen weitergelaufen und stehe am Gebüsch, auch am Weg, am Gebüsch. Okay. Ich bin sozusagen noch immer am Weg. Ist jetzt den Weg hier weiter, oder wie willst du? Ja, ich dachte, also jetzt... Na, erstmal hier nach rechts. Wollen wir jetzt so krossen darüber im Wald, oder was? Hier rechts hin. Oh, guck mal. Oh, was ist denn das? Ein Eichhör... Ach, nee, ein Hase. Siehst du mich noch? Ja, ja. Das war mal kurz hier so flecht. Und dann von da aus über dem Wald hinein. Täglich grüßt wirklich das Murmeltier, das ist der Hammer, wie das 1 zu 1 wieder abspielt, gerade hier alles abläuft. Außer dass du jetzt da drüben noch liegen bleiben und mit der Scope mich covern. Dann wäre das echt 1 zu 1 dieselbe Situation. Hammer. Ah, ja. Okay. Ah, ja, schon. Ich hab übelst hier Hallos. Ich denke mal, hier liegt einer. Nein, Güte. Okay. Sollte weniger von dem Zeug roken. Nee, Mann. Keiner macht den Drogen. Pass auf, wenn so wieder reingehen, fallen die Schüsse ohne Ende. Na, klar. So wie wir am Looten sind. Ich will gar nichts looten, ich hab alles. Ich nicht, ich brauch Munition. Und vielleicht sogar noch eine völlig andere Waffe. Also diesmal schon geil, wenn der Server nicht geht, können wir auf den anderen das nächste Mal spielen. Da bin ich am Airfield, weil ich ja da ausgeloggt. Gut, da bist du nicht. Auf dem anderen Server bin ich ja mit Dennis am Airfield. Und wenn der andere Server immer noch nicht geht, spiel ich auf dem weiter. Wieso andere Server ist? Wir spielen doch jetzt auf MyDaisy, das ist doch übergreifend. Ja, stimmt, die haben ja mehrere. Ja, selbst wenn einer down geht von denen, die haben ja noch 3, 4 andere. Das stimmt. Warte, ich will mal kurz mit dem Fanglas da an die Richtung gucken. So, ab jetzt lauf ich dir hinterher. Ach, selbst wenn da was ist, das würde ich niemals sehen. Tut er ganz cool. Weil er ja ein Bandit ist. Hallo, warum guppelt denn der jetzt? So. So. Untertitelung des ZDF, 2020